Ach, ich würf gleich noch 20 Minuten. Ja, ja. Schön. Ton läuft auf. Hallo Mama. Ja, aber David hat es vorher nicht gewürfen. Wie heiße ich das? Ein bisschen noch. Sehr gut. Muss ich noch würfen, oder? Warum wird es schon würfen? Ich weiß nicht, weil wir alle gewürfen haben. Wir haben die Würfeln um 7 Minuten. Zueinander. Sonst nehme ich gleich den Würfel weg. Womit, habe ich euch allen schon erklärt, wie das funktioniert nach einem Würfeln mit der Probe? Wisst ihr das alle? Ich weiß es. Ja, ich habe es erklärt, das weiß ich. Nein, du kannst es ja dann. Wenn das so kommt, oder? Ich nehme dreimal Würfeln und das... Man würfelt dreimal noch. Das ist eigentlich gleich schlechter als der 1. Also es steht bei einer Herrschung. Fertig war gut. Aus den einen Wert bin ich bereits herum. Kannst du schauen? Ja. Ich werde sicher noch mal fragen, wie ich das sehen habe. Erklärt dann. Dann kann ich dich mit den Werten das schlechteste. Gut. Möchtest du... Nee. Ob ich möchte ist etwas anderes, aber ich mache es, ja. 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 Ich muss nur überlegen, Warte. Okay. Ja. 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 Der DSA, das Schwarze Auge, ähm, mit dem Konsti, auch bekannt als Tyvaryon, aus Secret Hitler war ja schon dabei. War ja schon dabei. Richtig. Dann der Markus, oder auch Hard Roar Gamer, auch bekannt aus mehreren Videos. Ein gewisser David, auch bekannt aus so gut jedem Video und der Kuba oder Jakob, nicht bekannt, mit ihm spielen wir immer CSGO. Ich war letztens bei TTT dabei, ja. Stimmt, okay. Genau, im Stream. Der war richtig krass. Der hat sogar... Egal. Likes der Lasten für mich. Weil ich nicht da war. Und ich mache heute den Spielleiter. Ich bin übrigens der TKW oder auch Ganesha. Bekannt aus jedem Video. Okay. Ja, mega. Wem DSA kein Begriff ist, der soll googeln. Alle vier. Genau. Also, die vier Helden gehen durch ein Abenteuer, was ich mir selbst ausgedacht habe. Und... Was ist dann so lustig? Ja, ich würde sagen, dann beginnen wir ein Abenteuer. Ich habe kurz eine Vorgeschichte. Die werde ich euch jetzt einmal vorlesen. Gut, also... Während der Gottheit Raja, der Göttin der Liebe, des Rausches und der Schönheit, findet in fast ganz Aventurien ein riesiges Fest der Freuden statt. Es gibt Umzüge, bunte, bunt kostümierter Levandstriezen, freie Liebe, jungen Wein und Hingabe an die natürlichen Triebe. Auch bei Anbetern eines der anderen elf Gottheiten ist dies ein sehr beliebtes Fest. Für die meisten Bewohner Aventuriens ist es ein Lebenstraum, einmal das Fest in einer der größeren Städte miterleben zu können. So auch bei unseren Helden. Ihr dürft jetzt einmal kurz euren Namen sagen. Na, erstmal nur kurz der Name. Ja, mein Nupainname. Ja, nein, ganzer Name bitte. Ich heiße Eleine Saibori. Okay. Können wir nicht mehr. Du musst ja nur den Fangen sagen. Nostromu Urage. Nostromu. Nostromu. Der Achtmannachter. Ich heiße Chautman Winterplatz. Jakon Zewerski. Sie machten sich also alle auf den Weg in Richtung Andergast, der Hauptstadt des gleichnamigen Königreiches. Die Helden begegneten sich und beschlossen, gemeinsam weiterzureisen, um die auf dem Weg lauernden Gefahren zu mindern. Ungefähr ein Tagesmarsch lag noch zwischen ihnen und ihrem Ziel. Erschöpft von der langen Reise beschlossen, die Helden eine letzte Rast zu machen und vor dem letzten Stück nochmal so richtig auszuruhen. Und hier beginnt unser Abenteuer. Wir rennen einfach nur so rum, um Leute zu klingen. Nein. Musik sein. Nee, verstehe ich. Gefahren bin, dann hast du geheißen. Richtig. Und das war unser Ziel bis jetzt. Deshalb habt ihr euch zusammen geschlossen. Okay. Ja, okay. Also ihr seid auf dem Weg nach Andergast und seid jetzt auf eurem Rastplatz. Oh, ungeschlossen. Wir befinden uns auf der Straße, abseits der Straße. Moment. Ihr seid durch den Wald gewandert und seid jetzt auf einer Waldlichtung. So normal groß halt. Also ihr könnt die schon überblicken. Waldlichtung. Oh, wir sind blind. Musst du in den Augen klappen. Mit Bäumen ringsherum. Und auf einer Seite geht halt der Weg rein und auf der anderen Seite der Weg raus. Wow. Mehr gibt es über der Lichtung nicht. Es ist so ein Waldweg, so ein Drehtfahrrad. Ja. Also es ist keine festbefahrene Straße. Und es ist Abend. Genau. Genau. Okay. Ich finde, das ist ein super Platz, um Pause zu machen. Ich sage dir übernimmt, um mich entscheiden, was ich sage. Achso. Ja, was sagst du? Was möchtet ihr denn? Ich stimme nicht so. Das ist mir aber egal. Du mitst du stimmst. Ich sage dir auch egal. Du willst jetzt wirklich was machen? Direkt? Ja, ich weiß nicht. Heute schaffen wir das dann nicht mehr in die Stadt. Richtig. Das heißt, der Platz ist wahrscheinlich besser als so manch anderer. Möglich. Okay. Haben wir alle was zum Schlafen dabei? Du hast einen Schlafen? Ich habe mein Zeug. Okay. Ich habe auch einen Schlafen. Falls dich interessiert. Ja. Nein, tatsächlich. Alles klar. Ja, dann machen wir direkt raus. Wie sich wer ums Feuer kümmern. Weiß ich. Ich glaube, ich habe mein Zeug aufsteigen. Wahrscheinlich schon. Das Holz suchen zum Beispiel. Ich gehe aufsteigen. Bevor ihr das weitermacht, möchte ich gerne noch, was ihr euch alle einmal ein bisschen vorstellt. Achso, dann. Jetzt. Ja. Jetzt soll ich sagen. Genau. Also, jetzt soll ich sagen. Richtig. Also, das war es ja. Ich komme aus einer wohlhaarenden Brainfamilie in der Wüste. Was war das? Keine Ahnung. Ist ja egal. Und bin... Die Wüste kommen. Genau. Ja. Wir hatten immer Landarbeiter. Das heißt, ich selber musste da nicht am Feld arbeiten. Aber mir war es trotzdem langweilig dort. Und dann bin ich auf Entdeckungsreise gegangen. Wobei ich aber Städte und andere Orte mit vielen Menschen gemieden habe. Und mich eher im Abseits gehalten habe, um noch nicht gesehene Sachen zu finden. Weil in der Stadt kennt man ja schon alles. Also, ich bin ziemlich im Zentrum von der Wüste aufgewachsen. Und das war halt eine ziemlich verlassene Stadt mit wenigen Leuten, wo man immer für sich selbst hat kämpfen müssen. Und nachdem, als ich sehr jung war, noch die Stadt überrannt worden ist, habe ich in der Wüste dann allein überleben müssen. Bis ich halt zu der Stadt gekommen bin. Und dort bin ich leider auf der Sklavenmarkt gekommen. Und habe dann eine Zeit lang in Sklavenmarkt gelebt und habe mit den 35, 15 Jahren dann meine Position gebracht und habe dann weiter in der Stadt gelebt und habe dann eine Zeit lang in der Stadt gelebt und habe halt verschiedene Aufträge angenommen für verschiedenste Leute. Mehrestens im Zentrumsbereich, bis ich dann halt die Stadt verlassen habe, weil ich alles, wofür die Stadt und generell diese Bevölkerung gestanden habe und nicht so vertreten habe. Okay. Ja, also ich bin Mittelländer, ich komme aus den mittelländischen Städten. Ich habe keine Ahnung, wo da noch der Karte ist, weil ich die zuhörige. Ja, in der Mitte ist es, okay. Da, ja. Ja. Ja, ich habe mit meinem Vater in einem... kleinen Haus gewohnt und eines Nachts brach dann ein Elf in unser Heim ein. Irgendwann die scheiße Elf, ich kann das sagen. Ja, ja, ja. Und tötete meinen Vater im Kampf. Fing direkt. Und als ich meinen sterbenden Vater in den Händen hielt, röchelte er seinen letzten Wunsch, ich muss mich zum Jäger ausbilden lassen. Wie schon es mein Vater getan hat. Und daraufhin war für mich eines klar, ich muss Jäger werden. Und ich begann daraufhin sofort meine Ausbildung. Und eines ist klar, sollte mir auch ein Elfen-ähnliches Wesen über den Weg laufen, wird es Probleme geben. Da unterstütze ich dich voll und ganz. Ja, ja, sehr schade, sehr schade. Also ich... Also ich bin ein Halb-Elf. Nur das mal zu anmerken zu lassen, ja. Und meine Geschichte begann am ersten Trajahrs des ersten Haljahr. Ja, so wie unsere Alten. Ja, so. Schicksal, genau. Das ist mir egal. Von meinen Eltern ist mir nichts bekannt, ja. Verspunten, tot, egal. Ich bin in einem Beißenhaus aufgewachsen. Ja, ich habe ziemlich früh angefangen an zu stehlen und wurde deshalb ein Einbrecher. Ja, da sind wir es wieder. Und da sind wir es wieder. Immer nur Vorteile, diese Scheiß-Zippen. Ja, ich wollte mal die Welt erforschen, ja, mal schauen, was da so abgeht. Ich soll kurz abschicken hier Abend. So bin ich hier gelandet. Okay. Bei den Scheiß-Rassisten. Ja, Markus. Ja, ja, ja. Nostramo. Nostromo. Nostromo. Ich bin auch Tonomist. Nostromistisch. Okay. Also Wüster. Ja. Tja. Ja. Wie lange kennen wir uns? Ihr habt euch auf der Fahrt nach Andergast getroffen und zusammengeschlossen. Ihr reist schon etwas längeres. Ja. So. Gut. Ja, dann jetzt wo das Eis gebrochen ist, bis auf... Okay, ich gehe nicht mehr das Holz holen. Kannst selber gehen. Ja, okay. Nein, gut, dann gehe ich das Holz holen. Ich schlag da noch ein Zelt auf. Okay. Okay. Also du baust verprostet auf. Mhm. Die Ecken zählt alles, klar. Ja, das ist anders, ich habe gar nicht mehr mitgebracht. Ach so. Okay. Gut. Ähm... Hat jemand von uns Zunder dabei? Ja. Oder Feuersteller dazwischen sein kann. Ich glaube, ich habe einen Feuersteller bei den Dazwischen mit, aber ich glaube, ich will nicht mit dir teilen. Sie haben das mit mir teilen? Ja. Also ich teile schon das gerne mit ihm, aber ich kann das mit dir. Ja. Ja. Ich mag auch keine Hilfe. Ich sage es nur, oder? Ja. Ja, ich mag auch keine Hilfe. Du bist doch auch warmer, oder wie heißt er? Wie heißt er noch mal? Nostroma. Nostroma, mein guter Freund, ja. Best friends. Gut. Dann würde ich sagen, ich gehe mal Holz holen. Ja. Ich riebe eine Kugel aus mit meinen Händen. Okay. Ich bereite mir meinen Schlafsack vor. Moment. Was möchtest du machen? Einen Schlafsack vor, bitte. Einen Schlafsack vor, bitte. Bitte nach. Okay, ich muss hier einmal kurz... Ähm... Ich muss das auch mal öffnen. Damit ich... Damit ich so... Haben wir das nicht auf dem Stick gespeichert? Warte? Der ist, was wir noch ausgedruckt haben. Die Seite. Wo haben wir das hingespeichert? Und der Jar, zwei, unterstrich zwei Punkte. Ziemlich drauf. Ja, wir haben mit Profis arbeiten. Ja, wir gehen. Techniker David. Moment, ich weiß wo. Okay, gut. Zurück ist David aufgestanden. Ja, dann zeig... Ach so. Ja. Geh wieder. Ich darf ja nicht reinschauen. Ja, David. Du bist so ein Techniker. Ich sehe auch schon Fähigkeiten, ja. Sieg mir die Zukunft. Das ist ein tolles Bild. Schön schwarz. Geiz. Ist das ganz schwarz lösen? Ja. Okay. Ja, sagen wir jetzt noch was. Jetzt geht es über mich. Das ist zu ähnlich. Ähm... Du gehst Holz sammeln. Du gehst in eine Grube ausgraben. Nur noch mal fragen, wie spät ungefähr am Abend? Also abends? Dämmernd. Dämmernd. Ich hab Dämmerungssicht. Eben. Punkt. Du siehst jetzt immer noch was. Ja. Ich auch. Das kann beim Holz holen durchaus helfen. Ähm. Ich möchte gerne, dass du einmal würfelst, damit wir das auch schon machen. Ja. Einmal oder dreimal? Dreimal natürlich. Okay. Und zwar auch... Intuition. Ja. Klar. Ja. Muss ja wissen. Entschuldigung. Einmal sagen, dreimal würfen und dann sagst du, was passiert. Ja. Ist mir egal. Ja. Intuition. Fingerfertigkeit. Und... Geschicklichkeit. Das ist Gewandheit. Gewandheit. Also GE. Ja. Okay. Das dauert so. Ich hab keine Ahnung, wie das mit dem... Du musst gleich oder drunter. Neues. Also Neue. Neue, ja. Neue. Neue, ja, ja. Neue. Sieben. 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 Was hast du bei GE? Zwei? Zwei. Zwei. Okay. Also du gehst also in den Wald und findest reichlich Holz, womit man ein schönes Feuer machen könnte. Reichlich Holz. Ja. Richtig. Gut. Und Markus, du darfst auch einmal, wie gut deine Grube wird. Ja. Ich zieh die Hände da weiter. Ähm. Ja, aber ich glaub... Ja. Du... Du musst mal überlegen, was er würfelt. Ich würd mal sagen, auch... Warte. Warte. Achtzehn. Okay. Siebzehn. Moment, Moment. Ja. Was hast du auf... 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 Fingerfertigkeit. Elf. Okay, du hast ein siebzehn gewürfelt. Das heißt, du bräuchst fünf, um auszugleichen. Kannst du mal... Moment, in was? Scheiße. Nein, du... Der 1817er. Ja. Du gräbst also deine Grube. Ja. Ähm. Und... Du... Gräbst diese Grube, ja. Und ja, es wird halt eine Grube. Eine... Flache. Flache Grube. Richtig. Dann stelle ich jetzt mein Zelt auch auf. Okay. Dürft ihr. Äh... Ich... Wundere mich über diese... Tolle Grube, die ich hatte. Der Graben hat. Dann breite ich meine Deckel im Zelt aus. Äh... Ich habe mir meine Kapuze über den Kopf gezogen. Mhm. Und... Warte darauf, dass der David zurückkommt. Okay. Sorry. Äh... Traut mir. Traut mir. Dass Traut mir zurückkommt. Dass Traut mir zurückkommt. Trotz seiner Expedition. Okay. Möchtest du noch irgendwas machen? Also ich schau mir mal die Grube an, was er da so gemacht hat. Mhm. Betrachte sie ziemlich abschätzig, ja. Abschätzig? Abschätzig. Abschätzig. Okay. Ja... Finde das nicht gut. Ja, hätte sich mehr anstrengen können und... Kannst du nachhelfen. Und ja... Warte dann noch auf... Traut mir. Traut mir. Traut mir. Traut mir. Traut mir. Warte bitte. Ja. Du darfst jetzt wieder zurückgehen. Okay. Du bist jetzt wieder genau an der Lichtung angekommen. Mit deinem Holz. Ich nade das Holz... Holz? Holz neben der Grube ab. Danke. Und... Weiß nicht. Ich beginne ein Feuer zu... Lagerfeuer aufzuschichten. Okay. Mit Unterholz auf. Haben wir ein Feuerstein los. Also ein... Dass es brennt am Ende. Haben wir ein Feuerstein los. Ich hab ein Feuerstein los. Ja. Du hast auch einen? Ich hab auch einen. Das ist sehr gut. Weil ich wusste... Du darfst ja nicht wissen... Ja, ich nicht. Nein. Ich bin auf alles vorbei. Also du musst es auch schon anziehen. Ich würd's... Wenn's möglich ist... Wenn ich schaffe, dass es so richtig ist... Dann möglich ist... Wenn du was hast zum Anzünden. Ja, ich hab... Ich hab Feuerstein und... Dann hast du ein Feuer. Ich mache ein Feuer. Richtig. So, darauf muss ich wahrscheinlich dürfen. Nein. Nicht? Das ist schade. Bei der Grube muss ich wirklich... Bei der Grube ist auch scheiße. Also... Okay. Ja, gut. Bin ich nicht der Gefahr, dass das überspringt? Er hat die Grube verkackt, also ja. Kann ich das erkennen? Wenn du ja nur hinguckst. Achso. Okay. Ja, da muss man aufpassen, dass das nicht überspringt bei so einer Grube. Da könnte schon Gefahr bestehen. Ja. Sie würde es ja in der Grube machen, oder? Ja. Naja. Ich fühl mich nicht zuständig auf die Grube aufzupassen. Ich auch nicht. Ja. Ihr könnt ja doch noch Steine sammeln. Also dann könnt ihr ja auch mal was machen. Ja und... Ja, der hat ja noch gar nichts gemacht. Also du... Gut, der war auch nicht der Blut. Dann bin ich sauer. Ja, ja, ja. Hauptsache auf die Halbelfen, ja. Ja, also... Wenn du ganz Mensch bist, würde ich mir kein Problem haben. Dann wäre hier alles eisler und vorne, aber... Voll schon. Mitteln. Ja gut, dann entscheide ich mich. Ich tue mal was für die Grube und geh mal Steine sammeln. Okay. Ich geh 180 Grad in die andere Richtung auch Steine sammeln. Alles klar. Dann dürft ihr beide. Warte, gibt es in der Nähe irgendeinen Fluss oder sowas? Nein, ihr seid mitten im Wald. Es ist nix wassereinliches in der Nähe zu sehen. Da werden wir ja so kaum Steine sammeln. Du darfst dreimal Würfel nehmen. Geht schon. Ja, Würfel. 18. Okay. 12. 19. Du kommst mit einem Stein zurück. Ich darf auch Würfel, oder? 2. 2. 12. Okay, du machst dich also auf die Suche... Ein halber Stein. Du siehst zwar Steine rumliegen, aber die sind ja alle irgendwie zu schwer. Okay. Dann versuchst du dich da dran und hebst einen Stein hoch. Der ist aber leider zu schwer und der fällt dir auf den Zeh. Geil. Du bist leicht... Also du fängst halt leicht an zu humpeln. Aber es hat jetzt keine große Auswirkung, aber du kommst ohne Steine zurück. Keinen Schaden. Ne, keinen Schaden. Erster Würfel. Na gut, dann humpel ich halt zurück zum Lagerfeuer und setz mich vor das Lagerfeuer hin. Tja. Ich gehe siegreich. Und dann einen Stein zurück. Okay. Okay. Ich hoffe, dass ich an den Steinen versuche ich es auch nochmal. Okay. Es ist vielleicht mit den Steinen Hoffnung los, aber mit dem Stein habe ich die pure Hoffnung. Also ich finde es ja schon. Also du musst auch dreimal würfnen. 4. Nein. 11. Fast. 3. Da hole ich mal die Mega-Steine. Du gehst halt Steine suchen und bringst exakt genau so viele zurück, wie du brauchst. Sind sie aus Gold? Nein. Steine. Sind aus Steinen. Wenn er seine Steine hinlegt. Ich lege meine Steine hin und geh ins Zeit. Ich lege meinen unerfällig in den Kreis dazu. Das ist doch eher. Alles klar. Gut. Ich hab dir... Dein Wagerfeuer brennt ja, oder? Das brennt ja. Das brennt. Okay, das heißt es spendet Wärme. Genau. Wie ist es denn kalt? Es sind Frühlingstemperaturen. Also es ist nicht saukalt. Es ist leicht frisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, stimmt. Du. Ja, wir drehen mit. Okay, dann zieh ich meinen Schlafseit mir an. Ich hab eh keine Temperatur. Das soll passieren. Okay. Ich muss wieder wärmen in der Nacht. Okay. Möchtest du sonst noch jemand etwas machen? Wollt ihr etwa jetzt am Lagerfeuer jetzt spielen? Ich... 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 Da sind sicher noch so Hautfetzen dran. Ja. Oder Seelen oder so. Ja, sowas. Da brauchst du eh ein bisschen weniger. So. Okay. Ich versuche etwas zu jagen. Okay. Also ein Hasen oder sowas. Oder Kanin. Ist das gleiche. Ja, aber... Vielleicht findest du einen Fug. Ja. Vielleicht findest du meinen Falken. Ja. Das ist ein Falkenversuch. Also kann... Gleich eine Frage. Kann ich meinen Falken nutzen, damit er mir Beute anzeigt? Anzeigen? Oder ja. Ja, klar. Falken... Ich kriege dann so auf der Minimap. Dann taucht man sowas aus. Und kräftens... Wie bei der Mitstelle hast du so einen Geruch. Es gibt die Fertigkeit ja eigentlich, oder? Habe ich das übersehen? Auch. Ja, Tierkunde oder sowas. Bildnisleben vielleicht. Pferdensuchen. Pferdensuchen auf jeden Fall. Ja, hab ich. Ja, du hast das ja anders. Möchtest du Fallen stellen oder möchtest du wirklich einen Pfeil und Bogen? Ja, das dauert aber nichts. Das dauert auch, ja. Und jetzt vielleicht hast du Luftdruck. Ja, nein. Kann ich beides machen? Lese ich beides aus? Was? Nein, ich... Du nur... Du steht auf Würfeln. Ja, ich stelle nur, kannst du auf ein Frühstück hoffen. Ja, eben. Dann ist es so, dass du eine Frühwurst. Wenn du dazu machst, kannst du nicht so eine Frühwurst. Ja, aber... Du kannst schon beides... Ja, ich mach beides. Dann stelle ich jetzt sehr schnell mal... Zuerst... ... stelle ich hier mal eine Falle auf. Okay. Dann darfst du einmal auf... Ich kann das hier sehr schlecht lesen. KL, FF, KK aufgewürfeln. Also Klugheit. Genau. Und Kettbewerb. Richtig. Okay, du stellst also deine Fallen auf. Falle? Hast du Fallen gekauft eigentlich? Kann man Fallen kaufen? Ich wollte nichts sagen, aber das geht auch nicht. Aber man kann ja... Ich glaube, mit einem Fallen kann man ohne Fallen theoretisch... Oder ein Seil aufhängen. Ja genau. Ein Fesselseil, aber das ist was anderes wahrscheinlich. Naja, kannst du auch verwenden, um den Knoten zu machen. Ja, ist einfach nur eine Schlinge brauchen. Gab es Fallen denn? Ich glaube, man konnte sich Fallen kaufen, ja. Muss man wahrscheinlich. Also nicht muss, aber... Du kannst gerne dein Seil dafür verwenden und damit eine Falle bauen. Ja, ich habe zwei Schrittzeile. Dann hängst du also dein Seil als Falle auf, mit einer Schlinge, so. Ich kann das dann wieder mitnehmen. Ja, sicher. Gut, dann mach ich das mal. Okay. Achso, ich glaube, ich habe andere dabei. Okay. Möchte in der Zwischenzeit jemand anderes etwas machen? Wie? Möchte in der Zwischenzeit jemand anderes etwas machen? Nein, ich esse nicht. Okay. Ich lebe geschlossen. Gut. Ja, dann nehme ich mal ein bisschen von meinem Proviant mit, was ich dazu mittrage. Und einen Schluck aus meiner Wasserflasch. Okay. Kann ich halten. Gut. Gut. Ja, dann versuche ich jetzt... Also ich versuche... Also ich möchte, dass mein Falke mir ein lebendes Tier findet. Okay. Du möchtest also nicht selber nach Pferden suchen, zum Beispiel? Nein, ich möchte dafür meinen Falke nutzen, ja. Okay. Dann lässt du den also fliegen. Ist richtig. Okay. Könntest du dabei ein bisschen. Super. Egal. Ja, dann mache ich beides. Okay. Die andere Richtung. Gut. Das muss er nicht lenken. Ja, ja. Dann hast du einmal auf Pferden suchen würfeln. Einmal auf Pferden. Mut, Intuition und Geschicklichkeit. Ist der da, der ist ein Gott? Neun. Elf. Aber bitte. Du findest eine Reh-Pferde. Ich finde... Ich... Du. Du findest eine Pferde eines Rehs. Okay. Ich folge diesen Pferden. Okay. Aber nicht... Also... Du treuierst... Ich möchte jetzt keine 3-Tages-Märsche des Rehs. Du untersuchst die Pferde und siehst, dass sie relativ frisch ist. Okay. Ich gehe eher nach. Aber ich... Also... Vorsicht. Mhm. Ich möchte das Reh nicht verschrecken, falls ich es irgendwo entdecke. Du entdeckst es ja. Okay. Läuft dann das Kraxel da so rum? Du siehst es in der Ferne schon. Okay. Gut. Äh... Ich möchte mich so nah ran kürschen, dass ich es mit meinem Bogen treffen kann. Okay. Machst du. Okay. Gut. Dann versuche ich... Das... ...zu töten. Indem ich jetzt töffe. Ist dann schon Kampf? Ja. Ist dann schon Kampf. Ja. Wahrscheinlich schon Kampf. Ja. Das Reh verlierst du jetzt. Das Reh verlierst du jetzt. Ja. Es geht dann nicht. Ich habe mir das jetzt nicht noch mal durchgelegt. Ja. Ich habe mir das jetzt noch mal durchgelegt. Wir müssen beide einmal würfen. Hast du denn auch nicht eigentlich? Ich glaube das ist so ganz eigentlich. Du siehst. Ja. 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 Moment. Bist du Torwaller? Nein. Du bist Torwaller. Oder so. Dann triff ich halt den Torwaller. Oder so. Dann triff ich halt den Torwaller auch noch. Mit den Torwaller auch noch. Ich bin halt so... Ja. Ich glaube das ist funktioniert. Ja. So und so. Aber... Seid Sie egal. Ich kenne die Regeln. Ich habe das Kuchen mal kurz. Seid Sie alle keine Kobolde? Seid Sie alle keine Kobolde? Nein Kobolde? Kann man eh nicht in die Nehme. So. Ich habe jetzt eine Frage. Erstens. Ich habe hier die Sonderfertigkeit. Ääh. Ne. Ja, der ist genau. Erstens Valkon mit... Aber Scharfschütze, Bogen. Inwiefern wirkt sich die Ausstruktur? Eine höhere Entfernung triffst du besser. Aber nicht je höher die Entfernung, desto besser? Nee. Allgemein besser, je kürzer die Entfernung ist? Das ist so bei einem Bogen, ja. Generell. Okay, ja gut. David schießt aus 20 Kilometer. Ich kürze, na gut, ja. Also ich versuche das angeblichst? Ja, ich versuche das rechts. Du musst auf den... ...auf deinen Attackewert würfeln. Was ist mein Attackewert? Bei Bogen ist dein Bogen, genau. Da oben, oder? Da. Ja. Hier, bei Bogen. Ich denke, das ist sauber wenig, was ich habe. Ach ja, das weiß ich eigentlich selbst. Sechs. Wenn das das ist. Ja, das muss der Attackewert sein für Bogen. Sechs ist Schwach eigentlich. Ich hab's in die falschen Wert geschrieben, aber... Sechs ist das Maximale, was man angekommt. Schon? Bei denen jetzt. Also bei denen jetzt. Aber ich hab auch nicht mehr, weil irgendwas. Sechs ist das, was ich machen kann. Ja. Ich hab's auch schlecht geschaffen. Ja, das kommt wieder einmal zu zu sein. Aber wir wüffeln ja da, was wir machen. Ich glaub, da wüffelt man mehr. Aber... Nein, im Kampfwürfel... Im Kampfwürfel... Aber das gleiche ist dann ja aus dieser... Dann schauen, was ich mit Regeln noch machen. Ja, klar. Ja, stimmt. Nein, aber für'n Schaden. Ja, stimmt. Nein, aber für'n Schaden. gibt es ein Würfelglück mal auf ich würfe ich würfe